Fabian, auf jetzt. Wir wollen aufnehmen. Bring dein Arsch her, jetzt. Sofort. Auf jetzt. Oh, er ist auf einmal zur Frau geworden. Alter. Hallo Kinder. Alle gut, dicke sind drei. Deswegen machen wir die Scheiße jetzt nochmal. Ich war noch nicht fertig, Fabi. Halt's mal. Guck in die Kamera, Fabi. Eiskaffee ohne Salami-Sticks. Jetzt wird der Salami-Stick in den Eiskaffee getippt. Fabi, du bist so ein LKW-Fahrer ohne Mist. Okay, äh, äh, hallo Alex. Hallo. Wer den Alex nicht kennt, hier ist ein Ausschnitt. Also nicht sein Ausschnitt, aber... Please speak, okay, give call. Please turn off microwave. Jawoll, zieh, zieh. War ja geil, war ja geil. Sante Schuss. Nein, nein, Fabi. Mr. Drone hat auch eine LKW-Kam. Oh, nee, oh, nee. Fünf Snack-Apps. Oh, ein Traum wird wahr. Ein Albtraum, ja. Ja. Warte, Alex, hier. Ich kaufe dir eine Granate, mach was. Das ist ein bisschen. Mission Schuss. Fabi hat schon wieder eine Bambusleitung aus Ägypten, Alter. Nee, dem Fabi ist ein Haustierpanda. Kaut schon wieder an der Bambusleitung. Also ist halt ein Fußabtreter. Oh, oh, hast du keine Chance. Mr. Jones! Ich hole mich schnell, was zu essen. Bananen und Apel. Mr. Jones! Es ist ein Burschen. Nein! Oh, nein. Oh, nein. Was machst du denn? Ist das ein Bambusleitung? Kennen wir das Sex noch? Peace, I am lonely, I am lonely Peace, peace Du Penner Karl Marx! Wir sind jetzt in der vierten Folge Wenn ich dich sehe, dann muss ich meine Augen zu machen